Ein sehr interaktives Thema. Der Kurs ist ein ganz praktischer Kurs, geht also um das Thema Arzt-Patienten-Kontakt. Wir haben Lehrveranstaltungen in der Vorklinik bei Medizinstudierenden, also vom ersten bis zum vierten Semester. Im dritten Semester ist uns ganz besonders wichtig, die Inhalte, also die Modelle und Konstrukte, die wir im ersten Semester anhand einer Vorlesung vermittelt haben, in die praktische Umsetzung zu bringen. Deshalb ist der Kurs ein Rollenspielkurs, in dem die Studierenden verschiedene Gesprächssituationen, die ihnen später mal begegnen könnten, einüben können. Das wollten wir auch hier mit den Männchen symbolisieren. Es gibt also immer einen Studierenden, der in die Arztrolle schlüpft und einen, der in die Patientenrolle schlüpft. Und es werden dann Rollenspiele durchgeführt, die von einer Dozentin oder einem Dozenten begleitet werden und natürlich auch von den anderen Studierenden, die dann Feedback an die Rollenspieler geben. Das war natürlich eine Schwierigkeit, so eine Interaktion, die ja stattfindet, dann ins Digitale zu verlegen. Und wir hatten da verschiedenste Ideen und haben verschiedene Dinge auch ausprobieren müssen oder ausprobiert. Aktuell läuft der Kurs jetzt so ab, dass wir eine Videokonferenz haben mit allen 20 Kursteilnehmern und in dieser Videokonferenz die Rollenspiele dann stattfinden. Während den Rollenspielen wird auf die beiden Rollenspieler fokussiert, die dann eben in die Arzt- und Patientenrolle schlüpfen. Alle anderen verfolgen das und schalten sich dann hinterher wieder mit dazu und geben dann ausführliches Feedback an die Rollenspieler. Was sind die Studierenden? Damit die Studierenden sich gut in dieses Online-Semester einfinden können, haben wir ganz ausführlich Einführungsvideo auf StudOn zur Verfügung gestellt, in der wir das Konzept und den Ablauf des Kurses und auch das Leistungsnachweis ausführlich beschrieben haben. Und dann haben wir auch die ganzen Theorien, die Modelle und Konstrukte, die wir im dritten Semester aus dem ersten Semester nochmal wiederholen, in kurzen, prägnanten Videos nochmal zusammengestellt, sodass sich die Studierenden vor jeder Kursstunde diese kurzen Einführungsvideos nochmal anschauen konnten und die Modelle einfach nochmal wiederholen konnten. Wir haben vier Tutorinnen, die diesen Kurs mit betreuen und an die sich die Studierenden dann auch jederzeit per Mail wenden konnten und Fragen stellen. Der Leistungsnachweis ist ein Portfolio, also ein kompetenzorientiertes Prüfungsformat. Das war früher so ein Ordner, in dem wir den Studierenden verschiedene Leitfragen gestellt haben. Und jetzt ist das komplett digitalisiert. Das heißt, wir haben jetzt einen Test auf StudOn, den die Studierenden auch komplett digital ausfüllen können. Da sind die verschiedenen Leitfragen aufgeführt, die Studierenden beantworten die eben über StudOn. Und wir bekommen dann diese Antworten und schauen uns das durch anhand von ganz ausführlichen Bewertungskriterien und geben dann den Studierenden wieder eine Rückmeldung. Und dadurch zieht sich auch das Portfolio nicht nur über ein Semester, das gehört zwar zum dritten Semester, zieht sich aber eigentlich vom ersten bis ins vierte Semester hinein mit eben verschiedenen Teilen, die dann abgegeben bewertet werden. Die Studierenden setzen sich dann Lern- und Entwicklungsziele, füllen damit dann den nächsten Teil aus und kriegen dann eben immer wieder auch eine ausführliche Rückmeldung und die Möglichkeit, Nacharbeiten zu machen. Das kommt sehr gut bei den Studierenden an. 91 Prozent der Studierenden haben eben gesagt, sie finden das gut oder sehr gut, dass ein Portfolio anstatt einer klassischen Multiple-Choice-Prüfung, wie ja sonst im Medizinstudium üblich, durchgeführt wird. Das Fazit für uns ist, dass wir das auf jeden Fall so beibehalten möchten. Es ist natürlich ein hoher personeller Aufwand, auch gerade in der Korrektur, aber wir finden, dass der Aufwand sich absolut lohnt. Und wir finden, dass gerade die Gesprächsführungskompetenzen ja ein ganz wichtiger Aspekt auch der ärztlichen Arbeit später mal sind. Und da ist uns einfach wichtig, diese Kompetenz, die wir vermitteln, auch kompetenzorientiert abzuprüfen. Denn durch reines Wissen und Multiple-Choice-Test kann man das ja eigentlich gar nicht prüfen.